Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Half-Life SIRS. Ich habe den ersten Teil bereits gespielt, aber nicht sehr weit. Ich habe den Teil auch versucht aufzunehmen, aber es hat irgendwie nicht geklappt, es hat nur geruckelt, ich habe keine Ahnung wieso. Hallo und willkommen auf dem Black-Meser-Gefahrenkurs. Hier werden Sie im Umgang mit dem Schutzanzug für gefährliche Umweltbedingungen ausgebildet. Wenn Sie einen dieser Knöpfe sehen, drücken Sie ihn. Und ich bin auf der Stelle da. Da. Ich habe das die ganze Zeit getestet mit der Aufnahme. Bis die alte, bis ich dann mal die Aufnahme gescheit bekommen habe, hat die alte... Ich komme beim Schutzsystem HEV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Maul. Auf jeden Fall... Ja, ich habe die ganze Zeit auf... Ja. Die Aufnahme get... Äh... Die Aufnahme getestet. Ja, ich rede erstmal zu Ende. Und zwar, ich habe die Aufnahme getestet, habe dann soweit die Aufnahme bzw. den Spielsamt so eingestellt, dass man meine Stimme noch gut hört. Bevor ich jetzt zu den alten gehe, werde ich erstmal zu Ende sprechen. Und zwar, ich habe bereits den ersten Teil gespielt und Half-Life 2 auf der 360. Ich habe diesen Teil hier... Dieses... Diesen Teil bereits noch nicht gespielt, um ihn zu let's playen. Da ich Half-Life 1 so kurz angespielt habe, wollte ich das jetzt nicht weiter... Also, let's playen, weil ich jetzt die erste oder zweite Mission habe. Und das wäre dann auf Dauer langweilig, weil ich den Anfang schon kenne. Aber ich kann das trotzdem mal machen, weil ich nicht ziemlich weit gespielt habe. Aber bei Half-Life 2 bin ich schon ziemlich weit. Das bringt nichts aufzunehmen, weil ich alles da noch ausseht. Ich weiß... Die Bewegung im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Machen Sie sich erst einmal mit den Grundbewegungen vertraut. Und bald werden Sie gar nicht mehr merken, dass Sie den Anzug überhaupt tragen. Ich sehe Sie dann da vorne. Ja, auf jeden Fall. Ich spiele einfach mal hier den Übungsbereich. Einfach nur so, um zu gucken, wie der hier ist und alles mögliche. Einfach nur zu testen. Und dann fangen wir richtig an. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Die erste Bewegung, die wir auf dem Gefahrenkurs trainieren, ist der einfache Sprung. Versuchen Sie, über diese Rohre zu springen und benutzen Sie dafür nur die Befehle Rennen und Springen. Wenn Sie vor dem Sprung an... Dreh durch. Schauen Sie mir zu und versuchen Sie es dann selbst. Halt es mal. Das hier ist ein bisschen rutschig. Wenn ich jetzt einmal kurz weh, ein Tipp, rutscht der automatisch. Das ist ein bisschen blöd. Ach ja, Mann. Ich habe keinen Bock, die da zu hören. Das kann auch jeder Schwein. Auf jeden Fall, ähm... Ich denke mal, ihr wollt halt auch ein bisschen nicht hören. Ja, Sprung, Duckensprung. Ach, Hände. So, jetzt kommen wir... Wer kann das denn mit? Ich meine, geh doch rein da. Ich hab... Das ist so eine schwammige Steuerung. Ey, schwamm doch nicht rum hier. Der will mich verarschen. Guck mal, hier rumschwappen. Schwappt? Ja. Boah, heftig. Das war richtig anstrengend für mich. Oh, das lädt aber auch immer mal, ne? Das lädt immer total lang. Mal gucken, ob das bei dem Spiel auch der Fall ist. Ja, ich werde mir auf jeden Fall wahrscheinlich demnächst ein Aufnahmegeld besorgen. Gehen Sie direkt auf die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewirken Sie sich weiter. Und werde dann wahrscheinlich Black Ops 3 bzw. GTA 5 aufnehmen. Die nächsten drei Sprünge werden immer schwieriger, aber sie sind machbar. Das war schwer, wird es mich verarschen. Jetzt kommt ein Duck-Sprung oder was? Ah, ich duck mich ja damit. Das war super. So. Für einen weiteren Sprung haben wir es noch ein eigenes Lademodul, eines wie das hier. Sie aktivieren den Tumsen, wie gehen Sie sich suchen? Ich werde mir noch ein Aufnahmegeld besorgen, das dauern. Ja, warte mal, ducken, wie rennt die vor? Warte mal, wie gehen das? Verwässer, so. Wie geht denn der Scheiß? Jetzt habe ich einmal nicht zögern und dachte, das geht einfach. Für lange Sprünge benötigen Sie ein eigenes Lademodul, eines wie das hier. Sie aktivieren den Tumsen. Sie ducken, wehen, das vorwärts springen. Hä, ich check's gerade überhaupt nicht. Ich muss doch ducken, also springen, ducken. Das war prima. Ah, okay, ich check's. Ich habe das nur in der falschen Kombination gemacht. Äh, sind los. Also ducken, wehen und dann nach vorne, okay. Bam. Voll geil. Bam. Loll. Da hatte ich aber Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Starten Sie bitte den Lift, indem Sie zu... Ja, ja, da ist es auch alles. Leute, da ist Bombenplatz. Bombenort. Schaffe ich das nochmal? Schaffe ich's? Suchen Sie das Ziel auf dem Boden unten und versuchen Sie es zu treffen. Schaffe ich's. Falls Sie sich bei dem Sturz verletzen, werden wir Sie im nächsten Abschnitt verarzten. Okay. Dankeschön. Mit so einem Arztteilwenden. Ja, was sagte ich? Von, die werden mich verarzt. Voll faul. So. Mach mal weiter hier. Mach mal weiter, du Alte. Ey. Halt das Maul. Warum trägt er überhaupt drauf? Was ist da unten denn? Volle Tümpel. Gehen Sie zu einem Mist. Ja, halt da mal die Fresse jetzt. Mach auf. So. Gibst du. Äh. Kids pretty good. Breakdance. Loil. Habe ich das jetzt gerade. Habe ich da. Habe ich jetzt. Ich habe den Käfer glaube ich wieder. Ah, hier bin ich. Und. Erstmal von Laune. Bum. Ja, ich weiß. Ich muss eh drücken und gedrückt halten. Oh, ist doch gar nicht so schwer, Mann. Hui. Und hui. Warte mal. Bin ich da. Und auf fliegt habe ich die Arschkarte. Oh, jetzt kann man ja die Lade daten. Dann lade mal die Daten. Die Daten, die laden. So. Boah, ich weiß gar kein Gesprächsthema. Ganz ehrlich. Mir fällt überhaupt nichts ein. Das ist. Wenn du auch Videos guckst. Dann denkst du dir auch einfach nur so. Boah, die reden einfach. Finden ein Thema und können da irgendwie 15 Minuten drüber reden. Und wenn du selbst dann aufnimmst. Dann weißt du überhaupt kein Thema, wo du von Dubai erzählen sollst. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal über das Wetter. Das Wetter ist wunderschön. Die Sonne scheint. Und jetzt lasst du es kalt. Manchmal brauchen Sie mehr als nur Ihren Anzug, um aus einer gefährlichen Lage wieder rauszuholen. Ja, ducken und dann ist es einfach. Wenn Sie ein Hindernis nicht wegschieben können, nützt es vielleicht Sie nicht. Ja, ich kann es draufspringen. Lol. Loh, wie gar was denn? Ich brech dann hier. Also, ich mach das nicht zu. Ich werd mir das auf jeden Fall nachdem ich die Aufnahme fertig einfach mal anhören. Weil die rechtssteine verdammt laufen. Wenn die rechts auf 15% Energie jetzt auf 35% Energie jetzt auf 35% Energie jetzt auf 35% Energie jetzt auf 30% Energie jetzt auf 35% Energie jetzt auf 35% Energie jetzt auf 15%. Ah, ich muss mich bei allen nicht verstehen. Prima. Vergehen Sie nicht, dass Ihre Lampe Energie macht. Target Range SS. Schalten Sie sie also lieber aus, wenn Sie nicht... Oh ja, Knappe. Geil, geil. Ey, die Knappe sieht irgendwie aus. Okay. Ach, geil, Knappe. Oh, geil, geil. Geht mit Ziele. Oh, ich hoffe, das sieht nicht zu laut. Haben wir ein Knappe. Ja, und jetzt? Hm. Ja, komm. Müsse ich auch nicht draufschieben. Oder was? Wenn Sie von Granaten getroffen werden. Sequenz beginnt in... 5, 4, 1, 1, 2, 1. Oh, mein Auge. Mann, ich hab in dem Auge. Lass mich doch mal. 1, 2, 1. Hallo, achso, ich dachte schon. Ja, jetzt kommst du da hinten weg. Oh, Moise. Jetzt kommst du da weg. So. So, aus wie ein Aim-Bot, den ich hätte. Und. So, kleiner. Und jetzt kommt der da hinten. Okay. So, wie ich die Ziele einfach aussehen? Ich weiß nicht, komm hier unten auch irgendwo. Wo? Da, da, da. Ah, ich weiß. Komm. Wieder hin. So. Boah, das war auch anstrengend. Und einmal bin ich mich selber abgeschossen. Wir schütteln, so überwacht den Sauerstoffgehalt im Blut. Ah, ich check. Baah, ey, das macht voll Laune, ey. So, das geht mal. Ja, ich bin doch schon nirgends wieder oben. Mann, schau sie. Kann ich jetzt irgendwie weiterhelfen? Sie dürfen gerne... Alter, war das jetzt... War da jetzt gerade... Ein Mensch oder mein... Mein Unterwasserschaden? Das sah jetzt voll creepy aus. Boah, diese Lade da. Ah, hab ich da müde. Boah, das ist... Ich glaube, ich erzähl den größten Bullshit. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall mein Projekt werden. Half-Life-Sers durchzuspielen. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie ich Zeit und Bock habe, wann ich das... Wann ich das Spiel aufnimm, beziehungsweise hochlade. Die Erntiere, ey. Ich tritt die alle kaputt. Krieg ich bestimmt mehr Erfolg früher. Wie ist die Ladeeinheit für Ihren Schutzanzug? Komm mal raus. Ich dachte erst aus wie ein Skorpion hier. Aber ich fand ganz nett, das sieht aus wie ein Skorpion hier. Guck mal hin, Leute. Jetzt ist verpixelt, ne? Guck mal jetzt. Jetzt sieht aus wie ein Skorpion hier. Halt mal die Schnauze. Kann ich jetzt irgendwie durch? LOL. Ich kann alles gar durch. Ich will aber nicht die Ausbildung durch mich nicht kommen. Warte mal. Bestimmte Bestätigung werden in der Gutamtsregel registriert. Ah, mit Absicht. Ach, ich muss aber schon nicht drüber springen, oder? Nee. Hätte ich gar nicht malen können. Kann ich hier... Ah, okay. Ach, halt doch mal die Schnauze. Ja. Läuft bei dir, ne? Läuft bei dir. Gelangen wir in die Nähe von Strahlung, werden der Geigerzähler und die Strahlungsanzeige aktiviert. Auch biologische Gefahren werden durch ein Leuchte-Icon angezeigt. Ja, wo ist jetzt? Will ich mich eigentlich verarschen? Ich bin gerade... Leute, ich hab den Sprung gemacht und der hat den... Gehen wir nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Ach ja, ist doch gut, ey. Wohin soll ich denn sonst? Ach, gar nicht. Oh, dieses Lade da. Nee. Ach ja. Lade doch mal schneller, Mann. Nee. Was werde ich denn... Also, ich habe... Was habe ich? Wenn ich das Aufnahmegerät habe, werde ich auf der Xbox One aufnehmen. Das wird man ja dann natürlich auch sehen. Aber ich werde wahrscheinlich in GTA 5 dann... Mann, was würde ich dafür geben, den Typen in die Pfoten zu kriegen, der für das Schlamassel verantwortlich ist? Welche Schlamassel bitte? Drück dich. Mach auf. Kann ich dich abschießen? Ups. Ah, ich bin die Kabel. Führen Sie einen Wächter in den nächsten... Oh mein Gott. 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 Scheiße. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, Leute. Ich habe Arsch gerade. Ich muss mich wahrscheinlich töten. Oh mein Gott. Ich bin mir da krank. Ja, auf jeden Fall werde ich dann Stuntmotor schenken. Das heißt, ich werde mit der... Also mit Motorräder LTC wahrscheinlich dann Stuntmotor schenken. ... also mit Motorräder LTC wahrscheinlich dann Stuntmotor schenken. Ach du mein Gott, ich schnauze mir kaum. Ja, folg mir doch, Mann. Guckt mich nicht so bekifft an. Ey, guckt euch den mal an. Hört mal die Stimme. Ich kann mir nicht die selber. Nein, natürlich nicht. Ja, dann komm mit, oder? Ja, los. Klar, ich komm mit. Ja, ich folge Ihnen. Ja, dann folgt mir alle. Alle nachher. Du bist gar verweigert. Willst mich verarschen? Lass mich rein. Du kackt Ding. Das Abriegelungssystem scheint komplett versagt zu haben. Ja, nun? Wollen wir uns ein paar Cola-Dinger hier holen? Ja, können wir uns sogar gönnen. Ja komm, gönnen wir uns mal alles. Okay, klar. Okay, ich möchte hier warten. Klar, ich komm mit. Ach, gib mir doch mal außen Weg. Ja, und... Ah, okay. Na, 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 los. Rennen, rennen, rennen. Alter, die sind ja voll kriegt. Das ist wirklich, dass das der richtige Weg nach außen ist. So, ich glaube ich... Drücken Sie die Benutzen-Taste um den Zug zu aktivieren. Ich bleibe hier und... Ich bleibe hier und... Erhöhen oder verringern die Geschwindigkeit des Zugs. Drücken Sie die Benutzen-Taste erneut um den Zug zu verlassen. Ich bleibe hier und... Ich bleibe hier und... Ich kann sogar Speed einsetzen. So wie es aussieht. Komm, jetzt wieder lade Daten.